Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy X Part 21 Und wir können jetzt da rein Diese, was, was ist das nochmal? Uh, eine Bar Er ist wahrscheinlich nicht da Jo Die Marysa auch hier Oh Mann Voll arrogante Jörn Ronsos sind das Gib den doch Saures Autsch Oh Mann, das Spiel beginnt All over Spira have assembled here To participate in this great contest of bravery, skill and strength All of these fine teams equally renowned deserve to win the cup today Such is the nature of this contest Let us, the spectators, play our role accordingly Let us sing to the glory of the winners And applauded equally the valor of the defeated Contestants May Evan And be with you Hm, die Spiele sind gesegnet worden, yay Und nun wird das Blitzball-Feld aufgebaut Boah Boah Eimer Wasser Ja, gegen die Kilikabee Nein Gegen die Albed Zeig Und das Spiel beginnt Komori, Yuna ist gone Äh, wo ist jetzt Jura Cozy Und nun, dass sie nur hingehen Und dann bleibt sie und dann Lte Boah Das Spielball-Feld WoUM Was Es war ungefähr Und dann Blitzball-Spieler. Ich wüsste, dass sie alles drastisch machen. Aber wir sollten keine Chance nehmen. Lass uns sie holen. Ich gehe jetzt! Das wird kein Problem. Sie sagen die Orocks, dass sie das Spiel holen. Als ob sie es brauchten. Ich meine, wie gut ein Team können sie sein? Wakka sagte das gleiche. Er wird das Spiel holen. Wir sollten Yuna holen. Das Albed-Boot ist in Dock 4. Los geht's! Aber vorher werde ich, glaube ich, speichern. War hier ein Speicher-Kristall? Ja, hier ein Speicher. Schweroid? Ja! Speichern! Hm, speichern! Yeah! Und... Ab! Ab! In den Kampf! Und ab jetzt! Wo kommen diese Roboter? In den M... In den M... Maschinen! Ja, Mensch, Strom ist zauber Oh, Feuertreffer Au Au Angriff Na Schwarzmagie Blitz Du wärst hier zu ran Okay Sofort kaputt Attacke Oh, Kimari ist ein Stück hoch Hi, Potions Yay Gegen solche Maschinen kriegt man Potions Ich bin überrat Kimari Bewegen Benutzen Ability Medica Erlernt Was eine gute Sache ist Und noch mehr von diesen Maschinen Was hab ich denn eigentlich so Kraft-Typ Hm Au Hey Tidors Ability Ich mach wieder Ability Schwarzmagie Blitz Exifiziere dich Yay Und Tidors Dextase Sollte ich sie aufschieben Ich würde sagen Ja Angriff Neun Schaden Machst du doch, oder? Yay Mobility Mobility Sphirate An der High Potion Und weiter Zum Pier Ähm Schmerzlich Er hat Salto Ich würde sagen Den spare ich mir Für den Endgegner auf Au Angriff Schwarzmagie Blitz Auf ihn Und kaputt ist er Angriff Oh man Vier Und der Kupferstärkung Schwarzmagie Blitz Angriff Daneben Schwarzmagie Blitz Weg mit diesem Teil Da kommt schon wieder Verstärkung Los Au Au Angriff Schwarzmagie Blitz Haft den Anderen Und der ist weg Ah Das ist anscheinend der Letzte Au Weg mit dem Teil Hi potions Potions Die Die Aurochs halten die Schmerzen mit einigen exzellenten Defense, Leute. Oh, Mann. Oh, er wird das in der Morgen fühlen. Ah, aber der Referee hat nicht den Fett. Waka hat eine wirkliche Bedingung rausgebracht. Spielt der Absicht nicht so schlecht? Verscheidung nicht. Huh. Still in there. He won't last. Waka's always like that. Ouch. Let's go. Und jetzt hin... Das werde ich mir nicht entgehen lassen, das Speichern. Und weiter geht's. Wie, die wollen weg? Let's go. Ihr werdet nicht entkommen. Jetzt sind wir hier. Und? Wo ist Yuna? Oh, was für ein Mega-Monstrum. Ist das denn? Ach, du heiligen Mist. Hey, wir können diesen Kran benutzen. Ja. Exzors... Exzors-Kran. Der Bauch wahrscheinlich Strom. Ja. Und du krass während den Yuna. Schwarz-Baggie... Blitz... Auf den Kran. Ja, der Karte hat sich etwas bewegt. Aber... Er muss sich ganz bewegen können. Ich würde sagen... Exzors-Kran. Saltui. Auf dieses... Al-Bitch-Schießer. Yay. Geschafft. Nur 400. Blitz war rasch. Oh, Mann. Wir frust mit Bellen. Die sind aber ganz schön selten dran. Angriff. Schwarz-Magie. Blitz. Auf den Kran. Hat sich etwas bewegt Ist aber immer noch zu wenig Angriff Volltreffer Angriff Apropos Dagoni, kann ich irgendwas lernen? Nein Schwarz Dagi Blitz Ja, er ist an Kram Himmel, fall mal an Und lasse es runter plumpsen Was war denn das gewesen, was da oben war? Nur noch 300 Mit dem Volltreffer vernichtet Das war mal ein einfacher Boss Oh, da ist Juna Anscheinend hat die sich innen ausgetobt Ich hoffe, du hast sie verletzt Was ist das? Ja Ich weiß nicht, was passiert mit ihrem Schiff Um, war jemand von Sid auf dem Schiff? Oh? Ich weiß nicht, sie alle sprechen das Al-Bed-Language I see So, who's Sid? He's my uncle But I've never actually met him Mm-hmm Wait So, so that means you're Al-Bed too, Juna? On my mother's side Yes Yeah Sid is my mother's brother He became distant After my mother married But she told me to seek him out If I ever needed help You're worried he was Don't tell Wakka About Yuna's lineage The thing about Wakka He never had much love for the Al-Bed Whoa I, I gotta tell Wakka I thought I told you not to tell Wakka The game Oh Yeah Blitzmeh Ka Das ist ein gutes Signal 30 Sekunden left The Aurocs are launching an all-out offensive Und schnell A long pass from Letty It goes through Oh Oh He shoots Goal Unbelievable The Aurocs win the match 3 to 2 Wow Gewonnen Wow Wow Gewonnen We won We won We did it We're in the finals Not the most Graceful win If it was Chapu He'd still be standing Hey Aren't you being just a little unfair Excuse me Was meinst du I know I could never take Chapus place You're the one who told Wakka that Right Lulu And I don't think Wakka would ever try to take Chapus You don't want to finish that sentence Ho 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 Die wird wütend Will ja nicht irgendwo ein Speicherキstal Hm Das sieht hier ganz nach Kisten aus Sind die aber nicht Also muss ich erstmal eine Speichergiste finden Apropos Speichergiste Apropos Kisten Ich kann mich jetzt in Ruhe und auch um die Kisten kümmern Also hier war keine Da ist die Kiste Ich konnte sie nur übersehen Zwei Phönix-Fähren, yay Und jetzt nochmal weiter Ein weiter und dann nochmal wieder ganz zurück Da ich dann noch ein paar andere Kisten habe Und zwar hier Kiste 600 Gil Geld ist immer gut Kiste Wasserlanze Apropos Schwergwett Bewegen Dahin Benutzen Abbild Abbild Kraftbrecher Yay Und jetzt die Ausrüstung Hallo Abfall plus drei Prozent Ne, das ist besser Verzeihet ist das besser Ach ja, RTLX-DV-Ross Das ist besser Ich hab durchschauen Das ist Pier 1 Oh, was hast du? Also Ausrüstung mal ansehen Nachschlag Okay, Moment Nichts richtig Die Leute hier sind so in die Gäste Dass sie gar nicht mehr schauen Was die Gott, eine Lose-Blinge Ich will sagen Noch ein bisschen die Piers Achso, ich suche Hast es Pier 5 Pier 3 ist das? Ein langer Weg Ein langer Weg zum Pier Sieht schon mal Fehlversprechend aus Sind hier nicht irgendwo Kisten Ah Hey, da ist ein versteckter Weg Zwei Kisten Magie Spheroid HP Spheroid Die will ich aber jetzt noch nicht einwenden Keine weitere Kiste Äh, weiter Gibt's hier noch einen Nein Hier speichere ich Und ich würde sagen Hier beende ich den Part Und das war Let's Play Final Fantasy 10 Part 21 Und bis zum nächsten Part Bis zum nächsten Mal Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!